Auf zur nächsten Custom Campaign und die lautet jetzt, willkommen zurück hier so bei YouTube und so, Halloween Collaboration, natürlich auch auf Medium, wir wollen ja etwas erreichen, zumindest ein bisschen was erreichen. Warum geht's denn in diesem Kampagnen Custom Link? Dunkelheit! Willkommen in The Cry of Your Halloween Collaboration. Ah, muss ich gerade verlesen. Äh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, dann haben wir schon mal eine Waffe gleich zu Anfang an, das ist schon mal toll. Ich bin Bulletproof! Halloween! Halloween! Drop! Ha, 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 ha! He, ha, ha! Okay. Du hast eine alte Flaschleiter bekommen. Standard, Batterie-Powered Flaschleiter, Kastels, Medium-Sized Beam. Du kommst ja jetzt genau richtig zu deinem Halloween-Special. Alles abgeschlossen. Da ist jemand voll gegen die Tür gefahren und die Tür ist noch heil. Okay. Aha. Locked, Locked, Locked. So Locked ist Locked. Es heißt Warnung. Welches war das? Ah. Da wo große Warnung draufsteht. Okay. Okay. Das... Wie kann ich da nochmal so zuschlagen? Gab es irgendeine Taste da? Nein, ich will nichts sagen. Ohne, dass ich immer wieder... Oh Gott, ich muss das anscheinend doch tun. So. Wechselwahl, Glutzerpistole. Grusel. Dual-Wild. So. Licht an und durch da. Ich war grad ein bisschen verwirrt. Oh Gott, Stavkey. Machen die einfach das Licht aus? Ich glaub, es hackt. Ich hab die Taschenlampe. Oh Gott. Ich hab die Taschenlampe. 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 Äh, Stavkey. Util. Du hast das Tür gechockt. Und speichern. Reiß halt einfach die Wand ein. Lass mich nicht speichern, weil ich das jetzt zu spät gesehen habe. Ist in Ordnung. Äh, speichern wir wieder auf den ersten Punkt. Stromrechner nicht bezahlt. Kill luck. Genau so sieht's aus. Da sind ein paar Typen. Die lurken hier so voll vor unserem Haus rum. Ah, ich seh dich. Oh, dich hab ich nicht gesehen. Also wenn das jetzt wirklich das gesamte Halloween-Special sein soll. So ein bisschen so. Da weiß ich ja noch nicht so. Da war das andere Kasten-Köpchen wesentlich gruseliger. Äh, für was war das denn nochmal? Das ist immer so ein bisschen key for the, to the locker. So ein bisschen erschreckt man sich doch. Aber nicht so genug, um aufzuschrecken eben, ne? So ein bisschen mehr. Use. Ich habe den Fus, jetzt muss ich nur hier raus kommen. Aus hier. Okay, wir gehen raus. Durch die Tür. Ich könnte ja nochmal speichern gehen. Ach ne, so viel haben wir ja noch nicht erreicht wieder. Wir wurden immerhin schon einmal geschlagen. Use the fuse. In dem Wort fuse steckt schon das Wort fuse. Chapter 2. Narlopex. Es war alles nur ein Traum. Das glaubst du selber nicht, Simon? Wir haben schon genug Cry of 4 gespielt, um das zu wissen. Okay, Muffin erschreckt sich immer. Da klopft jemand ans Fenster. Warum hat Simon keine Waffe im Nachtschrank? Also ich meine, das... Was ist der Telefon, ey? Es lockt. Was? Oh, der Spanner Simon hat erstmal hier so... Ich weiß nicht, was ich hier... Wahrscheinlich das Zimmer von seiner Schwester oder so. Erstmal einen Durchgang gemacht. So spannend. Ja, ja, ja. Simon, wir wissen darüber Bescheid. Ah. Jump Passage. Ich darf da glaube ich nicht runterfallen. Was ich auch mal cool finden würde, wäre, wenn die... Äh... So ein paar Szenen aus dem Hauptspiel Cry of 4 benutzen würden. Und dann, äh... Sozusagen, dass man so... Auch nebensächlich nochmal an dem vorbeikommt. An diesen Szenen... An denen man normalerweise im Spiel nicht... Äh... Hingekommen wäre. Die man halt nur gesehen hat. So, dass man hier zum Beispiel wie... Ich kann die Szene nicht erklären. Aber da wo Sophie... Vom Dach gesprungen ist... Äh... Ging es da hinten in so einen Garten rein. Und wenn das halt hier so die... Die Stelle wäre. Dass wir... Wenn man da so den Weg unten sieht. Und dann so die... Die Gittertür, die da hinten ist. Ah. Das Fenster habe ich... Das Fail-Schreck-Moment. Das Fail-Schreck-Moment. Also bitte, wenn man schon so ein Tape hinlegt, dann sollte man auch damit rechnen, dass man das nicht... Äh... Unbedingt mitkriegt. So. Oh, jetzt darf ich einmal im Kreis springen. Jachs! Äh, ich glaube ich sollte hier gar nicht hinspringen. Aber ich stehe jetzt hier. Okay. Was ist mein Ziel? Lass mich rein! Nicht? Okay. Also ich kann hier in den Türrahmen klettern, aber nicht hier in dieses Fenster rein. Äh... In den Türrahmen, genau. In den Fensterrahmen. Okay. Ich muss das vielleicht auch erstmal kaputt machen hier. What the fuck? Das verlangt das Spiel gerade von mir. Äh... Okay. Window is stucked. Boah, der hat im großen Fernseher da stehen. The door is locked. Okay. Die Tür ist dann auch die Tür. Die kommen auch nicht durch. Gerade irgendwas umgeworfen. Und ich habe da auch nichts übersehen, oder? Ich gucke mal kurz. Ist lockt. Ne. Hm. Quietsch. Geht die Tür wieder auf. Und ich springe natürlich zu weit. Ich kanns. You got the shovel! Gah! Gah! Das da unten sieht, als müsste man da hin. Aber da komme ich ja nicht hin. Weil wenn ich da runter springe, dann sterbe ich bestimmt. Äh... Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen buggy hier gerade. Ich vermute mal, ich müsste hier reingehen. Aber vielleicht habe ich vergessen, irgendwie was zu setzen. Wisst ihr, wo es weitergeht? Häh! 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 Hm... Was soll ich denn mit der Schaufel noch machen? Kann ich die andere Schrankseite öffnen? Aha! Sag jetzt nicht! Ich muss mich hier durchgraben, oder so. Häh! Aber ich glaube, das sollen eher Klamotten darstellen, als so ein... Betonboden. Ja, das sollen Klamotten darstellen. Combine, drop, use... Kein use, okay. Wo soll ich runter gehen? Wenn ich da runter gehe, dann sterbe ich. Kann ich da auf den Vorsprung drauf? Nein. Ach! Okay, blöde Stelle. Ich glaube, ich sollte mal speichern, wenn ich das Ding hier kaputt gehauen habe. So. Sparen wir uns immer wieder... Wenigstens ein bisschen Zeit jedes Mal, wenn wir da wieder runter fallen. Natürlich absichtlich runter fallen. Wo soll ich denn runter gehen, Muffin? Häh! Oder bin ich einfach blind und sehe das nicht? Kommt nicht mit dem Ducksprung rein, man kommt nicht so rein. Muss man vielleicht das eher mal... Das ist eine Tür! Toll! Dass man das so gut erkennen kann, dass man da E drücken muss, um da durchzukommen. Wow! Super! Boah! Echt jetzt, Spiel? Alter! Ernsthaft! Das hätte man wenigstens ein bisschen erkenntlich machen können. Alter! Das kann's ja echt nicht sein, oder? Dieses Spiel, ne? Das mobbt einen einfach nur noch. Was ist das? Du bist hier immer wieder trapped. Komm, play mit mir! Let's play this easy game! Bizarre Node 1. Die Orenquass ist mit Lützenkanto. Seemt zu be locked. Turned back! Nein! Halloween! Das ist Halloween! Das ist Halloween! 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 In dieser Stadt, wir kommen nach Hause! Geh das! Danke! Tasche Lampe! Total, ich bin schon zweimal gekommen! Ja, gut! Das wollte ich jetzt wissen! Okay, ich geh noch kurz mal. Könnte man dich und die Katze auch fragen? Was? Okay! Ja, wir können jetzt hier auch mit Sick Simon's Suit rumlaufen. Warum denn nicht? Wir sind ja eben gerade die ganze Zeit hier mit schwarzem Suit rumlaufen. Laufen mal zu rum! Mhm, da ist nichts. Da ist auch nichts. Gehen wir mal weiter. So, nein! Du räumst mich nicht nochmal mit deinem Kopf. Ja, es ist einer der eine Waffe hat. Los, dann schieß dich! Perfekt! So, bevor wir die gute Waffe vergolden, nehmen wir natürlich diese hier. So, die legen wir mal auf die 2. So. Weil die ist nicht ganz so stark. Dafür findet man aber normalerweise für die wesentlich mehr Munitione. Äh, Munitione. Ich klopf doch schon. Puck, 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 Puck. Alles, komm her. Komm hierher gelaufen. Wir bräuchten langsam eine Spritze, fällt mir auf. Okay, den nächsten erschieße ich doch besser. Ich glaub, denen geht's nicht ganz... So, Hölle! Und da leckt das Spiel natürlich auch erstmal. Spritze? Please, ich brauche eine Spritze. Spritze! Okay. Tricky Carnie. Spritze? Äh, wir haben schon wieder alle unsere Sachen verloren. Super. Dafür mag ich dich, Spiel. Wirklich. So, speichern wir mal. Niemals! 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 Boah! Hört mal auf, Muffin zu immobben. Hehe. Äh, kann ich wahrscheinlich nicht dual weiden. Nein, kann ich nicht, weil er es dann wegwirft. Doch, ich kann's dual weiden. Coole Sache. Okay, ich bin tot. Dort! Pfua! Und das Spiel ist, glaub ich, grad abgeschmiert. Pfua! Ja, das Spiel ist abgeschmiert. Schön. Programm schließen. Dann starten wir das Spiel doch einfach nochmal neu. Cry of You ist ja schön von Abstürzen immer geplagt. Das wissen wir ja mittlerweile schon etwas länger. Ja! So, oh mein Gott, man hat meinen Desktop gesehen. Nnäh! Mit 10.000 Videos vollgestopft, weil ich irgendwann mal ein Intro machen wollte und mir schon mal ein paar Szenen rausgesucht habe und es immer noch nicht gemacht habe. Oh! Unglaublich dieser Punkt, ne? Vielen Dank.